Frenkel frottelt. Heute. Let's play Happy Wheels. Ah, komm. Steh auf, Junge. Steh auf. Ja. So. Vorsicht. So, und da gehen wir wieder mit Schwung drüber. Dann passiert da nichts. Blatt. Vorsichtig, vorsichtig, vorsichtig. Scheiße Axt. Oh, Kopf einziehen. Kopf einziehen. Jetzt schnell durch. Und an der Stelle. Lustig weiter. So, und dann sind wir wieder hier. Und jetzt versuchen wir irgendwie da schnell durchzufahren. Oh, komm. Ah, kack. Ach, scheiß. Eine miese Falle. Da war noch irgendwie so eine blöde Mine. Sonst hätte ich es geschafft, ja. Das hat er absichtlich gemacht, der kleine blöde Penner. Der Stefan Six Six Six. Der teuflische Stefan. So, vorsichtig. Und dann mit Schmackes. Einfach durchfahren. Das haben wir gelernt. Ein paar so Pfeile kratzen mich nicht. Ich bin eine harte Sau. Oh, weia. Das war Glück. Das ist ein bisschen wackelig hier, aber... ...bricht nicht kaputt. Am besten ist es sich fest da oben drüber, oder? Scheiße. Hat nicht irgendwie so... Hat nicht so geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe. So. Und... ...bisschen langsamer. Nicht zu langsam, sonst werde ich hier gespickt. So, und jetzt hier wieder mit... ...etwas Schmackes. Oh, das ging gerade noch mal gut, wollte ich sagen. Ach, ja, dann ging es doch wieder schief. So. Jetzt machen wir das Ganze hier ein bisschen schneller. Pfeil im Nacken. Da kann ich drauf kacken und... Och, Mann. Wieder ein Kopf verloren. Ja, man muss hier überleben. Das ist Happy Wheels. Man muss vom Start zum Ziel fahren und irgendwie überleben. Und, äh, also nicht so wie hier. Das habe ich auch jetzt gerade wieder absichtlich gemacht, damit ihr seht, wenn man es nicht macht. So, das war sehr gut gemacht, Herr Frenkel. Komm, weiter, weiter, weiter. Beine gebrochen. Macht nix. Ich sitze ja schon im Rollstuhl. Die sind nur... Die hängen nur so ein bisschen lästig nur rum. Ne, das eine nur. Kackfurz, Dreck aus der Misthölle. Stoff, komm. Der schreit ständig rum, das Weichei. Du Lusche. So, das war gut. So, an dieser Axt, da muss ich wohl doch wieder ganz vorsichtig vorbei. Das habe ich ja schon geschafft irgendwie. Kopf einziehen. Schnell aufrichten und dann durchfahren. Hervorragend, so. Da sind wieder die zwei Typen hier. Der Typ und die Tussi. Jawoll! Du hast es geschafft, steht da auch noch. Mann, das hätte ich auch ohne nicht erkannt, du doof Cop. So, wir gehen zurück ins Menü. Witzigerweise habe ich jetzt auch noch andere Levels entdeckt. Unter anderem, das war auch angekündigt von Chewy Films. Der hat sich auch gemeldet und hat gesagt, dass er ein Level für mich hat. Den hier kenne ich jetzt nicht. Ach, egal. Dann machen wir erstmal den hier. So, hier ist meine Version eines Levels für dich. Hoffentlich hast du viel Spaß. Freunde, was ist los? Ich sag's nochmal. Spaß, scharf es ist. Spaß. Da hat die Rechtschreibreform einen alten Scheiß genutzt. Da haben die Leute das so gemacht, dass die dachten, da machen die Leute weniger Fehler. Jetzt machen sie viel mehr. Ist ja unglaublich, ey. So, hi Harald. Ja, und? Oh, ich hasse diese Dinger da, diese Runden. Das kann ja nur schief gehen. Flieg! Zieh, Adler! Zieh! So, ich hoffe, das war richtig. Oh, Kacke. Was stand da? Irgendwas mit verdammt. Schätze ich mal, oder? Scheiße. Nochmal neu. Also, ihr könnt... Oh, Dreck. Ihr könnt gerne wieder neue Levels schicken, immer, ja? Gern genommen, aber bitte, sie sollen wirklich speziell für mich erstellt sein. Und das erkenne ich da dran, dass dann da irgendwo auch mal mein Name steht, ja? Und benenn sie bitte so, dass ich sie bei... Na, komm, hoch! Komm! Dass ich sie auch finden kann bei Happy Wheels. Nenn sie bitte nicht einfach nur Level oder so. Alles schon erlebt, ja? Wie komme ich denn da hoch? Doch, das hat doch beim ersten Mal so gut geklappt. Flieg! Ja. So, und dann muss ich da unten gleich nochmal drüber, ne? Nein! Ah! Scheiße! Da ist der Level zu Ende, ne? Ja. Mann, das ist ein Level mit lauter Löchern. Der ist kaputt, der Level. Das ist nicht so schön, das gefällt mir nicht. Komm, flieg! Ja, 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 komm drüber! Jawohl! Und dann fliegen wir hier gleich weiter. Tun wir gar nicht lange rum. Scheiße, schon wieder. Was? Mit Z? Mit Z reinfallen lassen? Der verarscht mich doch. Das stimmt doch wieder nicht, oder? Versuchen wir's mal. Komm, alter Mann. Beweg dich. So. Leertaste. Dann halte ich mich fest an dem Wagen. Das ist witzig. Also, das finde ich lustig, so was. So mit Fahrzeugen zum Nutzen dann. Wo ich doch wirklich schwerbehindert bin. Das ist lustig. Oh, nein! Nein! Das ist doch nicht lustig. Das ist ein Scheiß-Level. Ich hätte es fast geschafft, ey. Naja, jetzt weiß ich ja Bescheid. Komm, flieg! Nein! Ah! Am besten ist, ich nütze das hier gleich als Sprungschanze und fliege da komplett drüber. Komm, gib Gas. So. Dann müssen wir uns jetzt wieder mit Z reinfallen lassen. Das machen wir auch gleich. Jetzt habe ich keine Beine mehr. Nein! Scheiß Rollstuhl im Weg! Nein! Fall nach hinten! Du Affe! Kacke! Das gibt's doch nicht. So, jetzt kann ich hier turnen. Ich bin der Florian Hambüchen. Das Problem ist nur, der Rollstuhl darf nicht da reinfallen. Ich muss da reinfallen. Obwohl, der Rollstuhl kann ja auch reinfallen. Der passt nicht rein. Scheiße, jetzt komme ich ja nicht weiter. Ach, Mann! Trotzdem, das ist irgendwie ein lustiger Level. Das finde ich ein bisschen spaßig, muss ich gestehen. Auch wenn ich mir jetzt hier gerade wieder das Gindig gebrochen habe. Das ist nicht gut. Flieg! Komm, wir haben gesagt, wir nutzen das als Schwung und fliegen direkt über alle Hindernisse drüber. Das ist wunderbar. So, und jetzt lass uns wieder reinfallen, wie vorhin. Da hat's besser geklappt. So. Scheiße! Blöde Scheiße! Ich finde dich scheiße. So, jetzt Achtung. Nein! 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 Oh, nicht mit dem Rollstuhl. Ach, komm! So. Durchfallen lassen. Wunderbar. Und losfahren. So, jetzt habe ich schon wieder vergessen, was da war. Da war eine komische Stelle, ne? Und ich weiß nicht mehr, was ich da machen muss. Ich habe schon wieder völlig vergessen verflucht. Dann fahren wir jetzt mal ein bisschen vorsichtiger. Ach ja, mit Schwung! Mit Schwung! Ach, kacke! Und dann muss ich loslassen wahrscheinlich. Sonst schaffe ich's nicht. Das ist doch... Das ist doch echt der Hammer hier! Sau schwer! Flieg! Zieh! Ja! Okay, Doc! So, und dann muss ich mich, äh... Wahrscheinlich... Muss ich dann loslassen und dann versuchen, mit Schwung darüber zu kommen. Habe ich mir jetzt wieder den Kopf gebrochen? Ne. Den Kopf gebrochen. Der Harald hat sich den Kopf gebrochen. Der Blödmann. Wie schaffe ich denn das? Mit Schwung und dann loslassen wahrscheinlich. Versuchen wir mal. Scheiße! Wie geht das denn? Meine liebe Fresse! Das ist ja richtig schwer! Das ist ja mal richtig schwer! Bis dahin ist es ja noch kein Problem, aber... So... Wie kann man denn das schaffen? Ich kann ja... Kann ich mich irgendwie bewegen? Oh, Vorsicht! Mal stopp, 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 stopp! Nein! Nein! Ach! Kack, Dreck! Ich kann auch gar nicht loslassen. Ich bin hier festgetackert. Also, dann geht das offensichtlich mit Schwung. Muss man das einfach mit Schwung machen. Ja, toll. Tolle Wurst, Frank. Tolle Wurst. So, jetzt. Das Spiel ist ein bisschen wie das wirkliche Leben, ja? Es ist so richtig, äh... So richtig hart manchmal. So, Z. Gibt's ja so einen Spruch? Kein Schwanz ist so hart wie das Leben. So, und jetzt muss ich da drüber. Und das muss ich jetzt mit Schwung machen, denke ich. Sonst geht das nicht. Das geht aber irgendwie auch nicht. Was soll denn das? Kommt, gib Gas, Alter. So, Z. Nein, nein, ist alles in Ordnung. Ist alles in Ordnung. Ich bin nicht aufgeregt. Ich bin auch gar nicht angestunken gerade. Ich bin völlig in Ordnung! So, jetzt. Das haben wir. Das war gut. So, und dann lassen wir uns wie immer. Ach, du kotzt doch. Die Wand an! Das kommt davon, wenn man dann leichtsinnig wird, ja? Liebe Freunde da draußen vor den Fernsehern. Zack! Und drin. So gut. Okay, alles klar. Und jetzt, ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Ich bin... Nein! Ach, komm! Du Blödmann! So doof, diesen Kackwagen zu fahren! So, nochmal! Nochmal, nochmal! Teletubbies! Also, ich kann, wenn ich mich jetzt da festhalte, ich kann nichts mehr loslassen. Das heißt, ich muss hier irgendwie das mit Schwung schaffen. Mit, äh... Masse! Mann! Warum muss denn der auch da dieses doofe Bändel dahin machen? Da wird das doch alles völlig unnötig erschwert hier! Mann! Jetzt kriege ich aber langsam eine Hasskappe hier! Ach, kack, Dreck, Scheiß aus der Misthölle! Komm jetzt! Ja, 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 ja! Okay, alles klar! Nein, nein, nein! Gib Gas, Alter! Gib Gas! Sehr gut, sehr gut, sehr gut! Drüber, drüber, drüber! Und... Raus! Und durch das Loch! Okay. So. Jetzt kann ich Space drücken. Und dann habe ich, äh... Quasi mich festgehalten. Und dann kann ich da drüber. Vielleicht muss ich... Am Schluss hoppelt der immer noch so doof. Vielleicht muss ich erst anhalten. Weil da dieser doofe Hubbel ist da unten. Seht ihr den? Dieser eine da? Der nimmt mir immer den ganzen... Schwung! Ha! Kacke! Fucke! So ein Mist hier! So, nochmal! Ich glaube wirklich, dass ich da anhalten muss. Damit ich dann da drüber komme. Weil das nimmt mir immer den Schwung. Und da muss ich aber auch aufpassen, dass ich nicht umkippe. Das ist auch tödlich. Nicht umkippen. Ja, so, okay. Jetzt haben wir den Hubbel und jetzt wird Schwung! Wie soll denn das gehen? Wie soll das denn gehen? Also, ich bin jetzt wirklich langsam überfragt. Komm, drüber! Drüber! Nein! Ach, leck mich doch. Also, ich habe jetzt irgendwo einen Denkfehler drin, fürchte ich. Das ist ein bisschen komplex hier gerade. Ein bisschen schwierig. Komm, weiter! So. Och, knapp! Oh, jetzt liege ich aber gut. Vielleicht schaffe ich es so? Vielleicht schaffe ich es so? Vielleicht schaffe ich es so? Muss ich vielleicht... Ach, komm! Mann! Ich weiß gar nicht. Das muss doch zu schaffen sein, oder? Verarscht mich der hier, der Level-Designer, dass das gar nicht geht. Ich gehe eigentlich schon davon aus, dass es geht, ehrlich gesagt. So, jetzt habe ich mal ein bisschen unnötigen Ballast abgeworfen. Also quasi alle Beine und alle Arme. Scheiße, jetzt habe ich mir die wieder draufgelegt. Ich doofkopf. Wie soll ich mich jetzt festhalten? Ich kann mich jetzt nicht mehr festhalten. Ich habe nur noch Armstümpfe. Ich kann mich nicht festhalten. Ach, Mann! Und da sage ich immer, Hände werden überschätzt, aber das stimmt gar nicht. Die braucht man manchmal. Ja, ja, komm drüber. Ja, ist ja schön. Gut, gut, gut. Und zurück und... RINN! Festhalten und Stoff! Dieser eine Hubbel da unten, der macht mir zu schaffen. Ich kann aber auch nur vorwärts. Ich kann auch nicht irgendwie das Rad irgendwie nach oben, dass ich irgendwie wheelie-mäßig drüber fahre. So, und so habe ich doch auch zu wenig Schwung, oder? So schaffe ich das ja nie. Ich kann gar nichts machen. Ich kann irgendwie auch nicht... Ach, das ist doch blöder Dreck, ist das doch. Kann ich nicht einfach mit meinem Rollstuhl weiterfahren an der Stelle? Gibt es doch nicht, ey. Aha! 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 Ähm... Ja, man kann auch keinen anderen Charakter nehmen, sehe ich. Das ist speziell für mich erstellt, für mich und meine Lieblingscharakter. Aber irgendwie weiß ich nicht mehr. Ich würde ehrlich sagen, hoppala! Ja, das ist nicht gut gewesen. Ich bin da gerade ein bisschen überfragt. Ich muss mal schauen, ob ich das in der nächsten Episode weiterspiele. Oder erst mal ein paar Tipps euch, wer mir hole von euch. Ich habe keine Ahnung, vielleicht habt ihr eine Idee. Ich kriege es irgendwie nicht auf die Reihe. Versuchen wir nochmal. Ich kann ja nicht mehr als versuchen. Was soll's, ja? Ach! Fuck! Das sah doch echt gut aus gerade. Der Wagen ist aber so schwer, den zieht es dann immer weg. Das ist kacke. Bis dahin komme ich ja locker mittlerweile. Ja, das habe ich ja voll drauf. Hm. Ist ja auch nicht schwer. So. Außer ich datze wieder mit dem Kopf auf. Das wollen wir natürlich nicht. Dreh dich! So. Ich weiß nicht, was ich hier machen soll. Keine Ahnung. Der vor allem, der lässt nicht mehr los. Ach, warte, ich Idiot. Ich bin ein Idiot. Ich bin ein Idiot. Ich muss mit Z wieder loslassen, oder? Scheiße. Warte, warte, warte. Das müsste gehen, dass ich mit Z nochmal loslassen kann. Genau wie an der Stelle. Ach, fuck! Da habe ich mein eigenes Loch verstopft. So, drüber. Wunderbar. Das war wunderbar. Das war wunderbar. Naja, ein bisschen Beine gebrochen. Wen kratzt dat? So. Mit Z kann ich mich dann wahrscheinlich wieder loslösen. Das müssen wir jetzt ausprobieren. Mit Schwung drüber und dann im richtigen Moment loslassen. Ja! So könnte das klappen. Klappen! Auf geht's. Noch einmal. Ja! Und zack. Durchfahren lassen. Nein! Ha! Hm! Oh! Ha! Hm! Ha! 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 So. Zurück, zurück, zurück. Und zack! Rein! Jawoll! Wunderbar! Festhalten! Und dann auf Z drücken im richtigen Moment. Vielleicht geht das ja jetzt hier, wenn ich mich darüber schleudere irgendwie. Keine Ahnung. Ja! Das war nicht schlecht. Das war nicht schlecht. Ich komm dahinter. Ich schaff das. Oh, fuck. Zu weit. Was? Wie? Was? Der veräppelt mich. Der blöde Wichser hat mich verarscht. Da ist noch ein Ziel. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Drüber! Los! Flieg! Kann doch nicht so schwer sein. Ich will da drüber. Das ist nicht so einfach, wie es aussieht, Leute. Glaub mir das mal. Für alle, die es nicht selber spielen. Für die es nicht wissen. Ja, 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 ja! Komm! Das gibt's doch nicht. Das kann doch nicht wahr sein hier. Nein! Ach, kack. Näh. Nochmal drehen hier das Ganze. Ja, und jetzt, komm Scheiße, da wurde wieder instabil in der Luft Das tut mir jetzt leid, dass das so lange dauert Aber der Level ist nicht einfach Ha 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 Strike Ja, wir sind am Ende dieser Episode Die war ziemlich hart Aber ein schöner Schluss, würde ich sagen Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da Und ansonsten, hoffentlich sehen wir uns in der nächsten Folge wieder Ich sag, ciao, ciao Ich sag, ciao